Hallo Leute, das ist nur ein kurzes Video, ein kleines Danke-Video. Danke geht natürlich von mir raus. Vielen Dank, dass ihr auf meinem YouTube-Kanal immer die Videos guckt. Jetzt haben wir schon 50 Abonnenten erreicht, mittlerweile 53. Ich hoffe natürlich vielleicht noch viel mehr. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr immer bei mir auf meinem Kanal unterwegs seid. Ich wünsche euch natürlich immer weiterhin viel Spaß und gute Unterhaltung. Ja, ich wollte mich eigentlich bei euch nochmal ganz, ganz herzlich bedanken. Wünsche euch noch einen schönen Tag und ja, Dankeschön.